Ich nackt durch die Bude rennen, das mach ich auch so. Maja, was ist los mit dir? Nee, das ist keine Elgato. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby, sie gehört zur Familie. Tu's für mich, okay? Ich will George. Mehr verlange ich nicht. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Schön, haben sie was Schönes gebaut. Klopf, klopf. Abmarsch bereit? Ja, sofort. Warum nehmen wir Schwangere mit, ey? Oh Gott, so sinnlos. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Na ja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Hm. Vielleicht bampft die Abbys Proteinriegel. Man ist sich nicht so sicher. Warum haben wir nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation. Keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Wem geht's? Ich weiß nicht. Schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Alice abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Hey Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Bist wohl eifersüchtig. Oh, hallo, Bär. Ja, okay. Da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den Ball. Das ist ein guter Junge. Oh, 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 oh. Ja. Hey Abby. Hallo. Hey Pat. Hey. Hey Pat. Das übliche bitte. Na klar doch. Ja, sehr. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. VSS mit 10er McChat. Held uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Wie wär's mit nem kleinen Wettkampf? Der Verlierer Putzdienst. Hm. Nee. Oh Leute. Nee, ich will nicht. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Brom. Okay. Okay. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah. Du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Gehen wir zur Basis. Ich hätte hier noch Munition. Hier ist also die ganze Munition. Ah, ja. Hm. Hm. Alice sitzt vorne. Mal ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr sortiert. Ich raff das nicht, warum fährt eine Schwangere denn raus? Wer hat denn das entschieden? Soll das wieder so ein Ding sein, dass Frauen stark und unabhängig sein können und auch in der Schwangerschaft irgendwie arbeiten oder so? Soll das so ein Ding sein? Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lassen. Ich werde mich einfach auspowern. Ich habe ein paar extra Ausgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Von dem Erleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildblacks. Was meintest du wegen mir und Owen? Ähm. Ich habe ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Nein, wir haben... Ich meine... Man sieht sich in der Kantine, aber... Wir haben keinen Kontakt. Er hat ihn geschockt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir... Gar nicht so einen Kopf drum. Ja. Blasch! Schick! Häng da rein! Festhalten! Ne, bleib... Töte die Wulsch! Wir haben noch nichts gewartet. Ja. Mach sie alle! Blasch, du was wir machen! Stief! Stief! Näher ran! Bring sie um! Oh nein, sieh auf! Sieh auf! Ich weiß um! Lof! Komm! Halt mal an uns dran. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hey! Fett, fahr her! Ja. Verdammtes, Skars! Wie weit bist du zur Basis? Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Schwangeres Toilette. Schauen wir nach, ob es ihr sicher ist. Jetzt sammle ich nicht Aufkleber, jetzt sammle ich Münzen. Ich habe dieses Game 20 Stunden gespielt. Ne, 17 Stunden habe ich das gespielt. Jetzt mache ich denselben Kokolores nochmal. Riesige Horn von Menschen ständig und immer wieder töten. Münzen sammeln, damit das kleine Kind später an den Kaugummiautomaten kann und sich Kaugummis holt, wenn es geboren ist von Mel, weil wir eine tolle irgendwas Schwieger, Zieh, Tante, Onkel oder was auch immer sind. Und es ist immer noch dasselbe Problem. Charaktere fangen einen Dialog an. Du denkst, du lernst über die Charaktere irgendetwas kennen. Und nein, Naughty Dog schickt dir 20.000 Gegner rein. Es gibt doch überhaupt gar keine Charakterbindung in diesem Game. Und warum zum Teufel spielen wir unseren Erzfeind? Auf dem wir sowieso schon Prass haben, weil sie Joel getötet haben. Wer kommt denn auf so eine Idee? Also jetzt mal wirklich, wer hat denn Bock, die Frau zu spielen, die den Charakter getötet hat, von dem Menschen, den du im letzten Teil lieben gelernt hast. Magga, wer trifft denn so eine Entscheidung? Besteh ich. Cool. Magga, wenn das jetzt noch mal 20 Stunden geht, ne? Also wenn wir jetzt, wir leben ja quasi, ich weiß ja nicht, wie sie es machen, ob wir jetzt noch mal alle Tage durchleben. Hier gibt es zu viele Verstecke. Oh, ich habe mit meiner Cutscene alle die ganze Munition verloren. Hm. Oh, ich habe mit dem Weg den Gang. Oh, ich habe mit den Gang. Oh, ich habe mit den Gang. Oh, ich bin mir... Oh, ich habe mit den Gurgeln. Oh, ich habe mit dem Gurgeln die Bruder geholfen. Oh. Oh, ich habe mit den richtig verletzt. Mach sie fertig! Vorsicht! Wir sind gerade im Ohli hier. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Okay, warte, ich komm. Ist das der Doomguy? Nee, das ist Abby, russische Gewichtheberin. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwie noch ein bisschen was erfahren, warum Abby jetzt so durchtrainiert ist. Leute, seht mal da oben. Könnte ein Ausgang sein. Okay, und hier ist, äh... Shit, ich hab die Schrauben vergessen. Das muss ich nur mitnehmen. Ich hoffe ja, wir finden noch Zettel. Wir müssen ja noch einen anderen Ordner aufmachen. Oh! Warte! Quiet! Wirst du es bereuen? Ach, für mich ist, äh... Für mich ist The Last of Us 2 einfach nur noch... Wir flaxen den ganzen Tag rum und erzählen Käse mit Chat. Also mehr ist The Last of Us für mich gar nicht mehr. Also Leute sagen ja jetzt, hier, ab hier kommt der Turning Point, aber wir sehen ja noch wieder... Abbie! Moment! Leute! Komm sie! Na los! Rana! Längst du bei uns! Rana! Längst du bei uns! Längst du bei uns! Rana! Achtung, der Tempel! Scheiße. War's das? Ja. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Nee. Scheiße. Na los. Du bist schwanger. Was soll denn das Kind jetzt denken? Hallo? Erziehung geht schon los, dessen Mann schwanger ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? die pelle ski einfach kein zettel und das in den baumarkt mein mann hätte ja wenig preisschilder oder sowas mitnehmen können ich glaube hier geht es alles voll mit teile ladys fest in einem monat pass ich da nicht mehr durch ich dachte ich mag der gartenabteilung war ich letztens auch gerade dritte ich habe ein schnittloch auf balkon okay das ist wie das gewächshaus deines dads ja nicht die pflanzen hier leben stimmt weißt du was das ist gut ihr braucht etwas das euch zusammen schweißt funktioniert doch schon ich habe so das gefühl schatten wir werden montag also morgen auch noch mal der last noch was spielen ich werde das hier glaube ich schön auskosten damit ich für meine 70 euro dass man mit denen spielen kann vielleicht später ich habe schon zwei münzen das heißt dass als patentante haben wir auf jeden fall schon mal gesichert dass das kind sich zweimal kaugummis aus dem automaten holen kann ich habe 70 flöten dafür bezahlt 70 euro hat das gekostet gut investieren also ich sag mal so ich habe schon lange nicht mehr so gut unterhalten gesehen also ich weiß nicht wie viele leute da sind will ich auch gar nicht wissen aber ich kann von mir sagen als ich gestern und vorgestern schlafen gegangen bin leute haben sehr also überdurchschnittlich viel keck w geschrieben und sehr viele witze gemacht also war auf jeden fall für mich war es erfolgreich für mich war es erfolgreich das sehen natürlich die leute die lassen was mögen nicht ganz so aber man kann ja auch nicht immer einer meinung sein was denn jetzt mit der oberarme los elli hat die boss transformation gemacht kollega ist auf kurz reingekommen hat ihr 23 proteinriege geben dann haben sie bis bizeps gemacht und jetzt ist elli halt die basis ist davon keines gas in sicht sie sind da draußen ja gehen wir weiter vielleicht leute trefft mir auch ein paar infizierte ist der noch wie es war als man hier nicht von scars angefallen wurde die meld auf nicht so schnell wir haben dialog vermisst du jetzt den waffen stellstand war ruhig zu ruhig wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes team auf dass es passiert weil wir die kinder erschossen haben okay aber diese kinder haben sie angegriffen was würdest du tun ich weiß nicht sie nicht einfach abknallen ich würde unsere leute retten wenn die das sind kinder es ist nicht ihre schuld unsere auch nicht die toten gehen auf sie ich will ja nicht unten aber hier ist es sehr ruhig haltet die augen offen hey das ist kein problem es geht gleich los wir kämpfen gleich vielleicht durch einst der gebäude weil das letztes mal so gut lief hast du eine bessere idee manny nein ich sag's nur dieses künstliche aufregen was denn für ein künstliches aufregen wir sind ironisch und sarkastisch mehr nicht wer regt sich denn auf niemand regt sich auf flecks du hast die möglichkeit jederzeit einen anderen stream zu gucken wenn ich das wirklich stört vielleicht kommen wir woanders rein ja wir nehmen das einfach das seil was wir hängen hier oben nanny sie da oben nach ja okay ironisch war nicht alles gemein es ist halt einfach mal ein kack spiel ganz einfach das war nicht ironisch aber das ist der witz an der sache das kostet 70 euro und ist halt kacki na bitte los komm hoch bleib bei alles ich versuche die tür aufzukriegen sucht euch einen anderen eingang cool vorsichtig okay wir lassen chat wir lassen die hochschwangere einfach alleine okay wir lassen einfach die hochschwangere alleine draußen kein problem die macht die kriegt das schon allein die sind ja auch zu dritt einen bauch den hohen und sie und keines gast zu sehen vielleicht sind sie weg das zieht sich hier so langsam durch dass die schwangeren immer alleine bleiben geht tief runter ja das stimmt dann mal los okay mal wir sind drin ich bin an der tür naja weggelaufen bist du noch nicht schwanger haben aber auch power für zwei ich verstehe das wirklich also ich verstehe das schon bei dina habe ich das nicht verstanden und dina liegt immer noch im krankenhaus aber wahrscheinlich werden wir nachher nach 30 st spielzeit wieder zurück ins theater gehen und dann noch auf die suche von abby ja drängel doch nicht ok ok schnell ja klar hier durch wo sieh dir das an das ist eine bootswerkstatt das sollten wir uns merken das kommando sucht immer nach ersatzteilen aber die nehmen wir doch jetzt alle mit aber die nehmen wir doch jetzt alle mit und 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 und